Abonnieren und hinterlassen Sie Elike, um mich noch mehr zu motivieren. Bis zum Schluss bleiben und den Druck auf Julian Nagelsmann hören. Bayern-Trainer Nagelsmann unter Druck, an Rücktritt habe ich nicht gedacht. Vor der Länderspielpause kündigte Julian Nagelsmann an, wegen der Siegerserie alles in Frage stellen zu wollen. An einen Rücktritt habe er laut eigener Aussage nicht gedacht. München, Julian Nagelsmann hat an der aktuellen Krise des FC Bayern München alles in Frage gestellt, nicht aber seine Zukunft als Trainer des Rekordmeisters. Ich hinterfrage mich immer wieder, jeden Tag. Aber ans Aufhören habe ich jetzt nicht gedacht, ich habe einfach keine Lust, keine Spiele zu gewinnen, sagte Nagelsmann am Donnerstag. Der FC Bayern ist nun seit vier Spielen sieglos, dass mich die letzten zwei Wochen total kalt gelassen haben, wäre gelogen. Ich fühle mich verantwortlich für die Situation, aber ich weiß auch, dass ich nicht für alles verantwortlich bin, betonte er. Vor dem Start in sechs englische Wochen mit 13 Pflichtspielen vor der WM und dem Krisengipfel gegen Bayer Lefekusen am Freitag blieb sein Team in vier Liederspielen ohne Sieg. Ich schlafe aber so gut wie in den vergangenen Wochen, sagte Nagelsmann, Fußball ist meine Leidenschaft, aber er definiert mich nicht als Mensch oder mein Lebensglück. Er habe in der Länderspielpause jedes Spiel noch einmal analysiert und sich mit vielen alten Mitspielern in Verbindung gesetzt, aber keine extrem neuen Erkenntnisse gewonnen. Ich hoffe, wir investieren, das ist eines der wichtigsten Dinge, sagte der 35-Jährige. Das Potenzial seines Teams lasse ihn jedoch äußerst positiv in die Zukunft blicken, wir haben noch viel vor. Vielen Dank, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.